Dialog 1 Ach, das ist ja praktisch, dass Sie gerade aufschließen, Frau Franke. Hallo, Frau Salewska. Kommen Sie auch gerade vom Einkaufen? Nein, ich war im Reisebüro und habe einen Reisekatalog geholt. Meine Freundin Rabia aus dem Deutschkurs und ich haben ein paar Tage frei und wollen ein bisschen mehr von Deutschland kennenlernen. Wir möchten zusammen an die Ostsee fahren. Das Meer lieben wir beide, wissen Sie? Und die Ostsee kenne ich auch aus Polen. Ach, das ist aber eine schöne Idee. Ja, wir freuen uns auch schon. Und Sie, haben Sie auch Urlaubspläne? Ich fahre in den Herbstferien mit Leonie nach Griechenland, zu meiner Familie. Ich finde es wichtig, dass meine Tochter die griechische Kultur kennenlernt und Kontakt zu ihren Verwandten dort hat. Ja, das stimmt. Und in den Sommerferien fahren Sie nicht weg? Ich nicht, aber Leonie fährt für zwei Wochen zu ihrem Vater. Mein Ex-Mann ist nach unserer Trennung ja nach Nürnberg gezogen. Ach, schauen Sie mal, wer da kommt. Wo denn? Ach, der Benjamin Menzel. Wieso ist der denn nicht in der Uni? Guten Tag zusammen. Ist alles in Ordnung oder gibt es wieder ein Problem mit dem neuen Mieter? Nein, es ist alles in Ordnung. Wir sprechen nur gerade über unsere Urlaubspläne. Fahren Sie dieses Jahr auch weg? Ja, ich fahre in den Sommerferien mit meiner Freundin in den Schwarzwald zum Wandern. Außerdem wollen wir Freunde in Freiburg besuchen. Oh, Entschuldigung, mein Handy. Da muss ich rangehen. Hallo? Ja, ich muss dann auch mal los. Leonie kommt gleich von der Schule. Eine Sache noch, Frau Franke. Ja? Wenn ich im Urlaub bin, würden Sie sich dann wieder um meine Katze kümmern und die Blumen gießen? Aber natürlich. Das mache ich gern. Prima. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ihnen auch. Tschüss. Dialog 1 Ach, das ist ja praktisch, dass Sie gerade aufschließen, Frau Franke. Hallo, Frau Zalewska. Kommen Sie auch gerade vom Einkaufen? Nein, ich war im Reisebüro und habe einen Reisekatalog geholt. Meine Freundin Rabia aus dem Deutschkurs und ich haben ein paar Tage frei und wollen ein bisschen mehr von Deutschland kennenlernen. Wir möchten zusammen an die Ostsee fahren. Das Meer lieben wir beide, wissen Sie? Und die Ostsee kenne ich auch aus Polen. Ach, das ist aber eine schöne Idee. Ja, wir freuen uns auch schon. Und Sie? Haben Sie auch Urlaubspläne? Ich fahre in den Herbstferien mit Leonie nach Griechenland, zu meiner Familie. Ich finde es wichtig, dass meine Tochter die griechische Kultur kennenlernt und Kontakt zu ihren Verwandten dort hat. Ja, das stimmt. Und in den Sommerferien fahren Sie nicht weg? Ich nicht, aber Leonie fährt für zwei Wochen zu ihrem Vater. Mein Ex-Mann ist nach unserer Trennung ja nach Nürnberg gezogen. Ach, schauen Sie mal, wer da kommt. Wo denn? Ach, der Benjamin Menzel. Wieso ist der denn nicht in der Uni? Guten Tag zusammen. Ist alles in Ordnung oder gibt es wieder ein Problem mit dem neuen Mieter? Nein, es ist alles in Ordnung. Wir sprechen nur gerade über unsere Urlaubspläne. Fahren Sie dieses Jahr auch weg? Ja, ich fahre in den Sommerferien mit meiner Freundin in den Schwarzwald zum Wandern. Außerdem wollen wir Freunde in Freiburg besuchen. Oh, Entschuldigung, mein Handy. Da muss ich rangehen. Hallo? Ja, ich muss dann auch mal los. Leonie kommt gleich von der Schule. Eine Sache noch, Frau Franke. Ja? Wenn ich im Urlaub bin, würden Sie sich dann wieder um meine Katze kümmern und die Blumen gießen? Aber natürlich, das mache ich gern. Prima. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ihnen auch. Tschüss. Dialog 2 Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir beide möchten im August an die Ostsee fahren. Wir haben hier im Reisekatalog auch schon ein interessantes Angebot gefunden. Können Sie uns noch mehr Informationen über das Hotel geben? Darf ich mal sehen? Ah ja, bei dieser Reise übernachten Sie im Hotel Meerblick. Ein schönes Haus, aber nicht mehr ganz neu. Für den Preis ist das aber ein sehr gutes Hotel. Und wo liegt das Hotel? Das Hotel ist nur 50 Meter von einem kilometerlangen Sandstrand entfernt. Es liegt in einer sehr ruhigen Gegend am Ortsrand. Aber es gibt gute Busverbindungen. In zehn Minuten sind Sie im nächsten Fischerdorf. Im Katalog steht, dass das Hotel eine Sonnenterrasse hat. Gibt es auch einen Pool? Einen Pool hat das Hotel nicht. Aber es gibt einen hübschen großen Garten mit kostenlosen Liegen und Sonnenschirmen. Da können Sie wunderbar entspannen. Das klingt gut. Apropos entspannen. Können wir ein Zimmer mit zwei Betten haben? Sie möchten kein Doppelbett? Ja klar, das geht. Prima. Wir möchten außerdem ein Zimmer mit Balkon. Ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ein schöner Balkon mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das wäre ideal. Ein Zimmer mit Balkon und Meerblick kostet 25 Euro extra, pro Person. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, okay. Das bezahlen wir gerne extra. Verstehe ich das richtig? Die Bahnfahrkarte ist mit im Reisepaket. Wir müssen nicht extra für den Zug bezahlen? Ja, genau. Das ist ein besonderes Angebot. Dann können wir ja gar nichts falsch machen. Der Preis ist wirklich gut. Möchten Sie die Reise dann buchen? Ja, bitte. Dann brauche ich bitte einmal Ihre Ausweise. Dialog 2 Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir beide möchten im August an die Ostsee fahren. Wir haben hier im Reisekatalog auch schon ein interessantes Angebot gefunden. Können Sie uns noch mehr Informationen über das Hotel geben? Darf ich mal sehen? Ah ja. Bei dieser Reise übernachten Sie im Hotel Meerblick. Ein schönes Haus, aber nicht mehr ganz neu. Für den Preis ist das aber ein sehr gutes Hotel. Und wo liegt das Hotel? Das Hotel ist nur 50 Meter von einem Kilometer langen Sandstrand entfernt. Es liegt in einer sehr ruhigen Gegend am Ortsrand. Aber es gibt gute Busverbindungen. In zehn Minuten sind Sie im nächsten Fischerdorf. Im Katalog steht, dass das Hotel eine Sonnenterrasse hat. Gibt es auch einen Pool? Einen Pool hat das Hotel nicht. Aber es gibt einen hübschen großen Garten mit kostenlosen Liegen und Sonnenschirmen. Da können Sie wunderbar entspannen. Das klingt gut. Apropos entspannen. Können wir ein Zimmer mit zwei Betten haben? Sie möchten kein Doppelbett? Ja klar, das geht. Prima. Wir möchten außerdem ein Zimmer mit Balkon. Ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ein schöner Balkon mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das wäre ideal. Ein Zimmer mit Balkon und Meerblick kostet 25 Euro extra pro Person. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, okay. Das bezahlen wir gerne extra. Verstehe ich das richtig? Die Bahnfahrkarte ist mit im Reisepaket. Wir müssen nicht extra für den Zug bezahlen. Ja, genau. Das ist ein besonderes Angebot. Dann können wir ja gar nichts falsch machen. Der Preis ist wirklich gut. Möchten Sie die Reise dann buchen? Ja, bitte. Dann brauche ich bitte einmal Ihre Ausweise. Dialog 3 Guten Tag. Guten Tag. Wir fliegen heute nach Thessaloniki. Hier ist mein Reisepass, der Kinderausweis meiner Tochter und die Flugreservierung. Dankeschön. Frau Frankel, ja? Ja, genau. Einen Augenblick, Frau Frankel. Haben Sie schon Sitzplätze reserviert? Ja, gestern Abend im Internet. In Ordnung. Wie viele Gepäckstücke haben Sie? Zwei Koffer und eine kleine Reisetasche. Darf ich die Reisetasche mit ins Flugzeug nehmen oder ist sie zu groß? Nein, die Tasche können Sie als Handgepäck mitnehmen. Würden Sie die Koffer bitte aufs Band stellen? Ja, natürlich. Vorsicht, Leonie. Der Koffer ist schwer. Ich mache das schon. Hier sind Ihre Bordkarten. Die Einsteigezeit ist 13.10 Uhr. Bitte gehen Sie rechtzeitig zum Gate B14. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Vielen Dank. Dialog 3 Guten Tag. Guten Tag. Wir fliegen heute nach Thessaloniki. Hier ist mein Reisepass, der Kinderausweis meiner Tochter und die Flugreservierung. Dankeschön. Frau Franke, ja? Ja, genau. Einen Augenblick, Frau Franke. Haben Sie schon Sitzplätze reserviert? Ja, gestern Abend im Internet. In Ordnung. Wie viele Gepäckstücke haben Sie? Zwei Koffer und eine kleine Reisetasche. Darf ich die Reisetasche mit ins Flugzeug nehmen oder ist sie zu groß? Nein, die Tasche können Sie als Handgepäck mitnehmen. Würden Sie die Koffer bitte aufs Band stellen? Ja, natürlich. Vorsicht, Leonie. Der Koffer ist schwer. Ich mach das schon. Hier sind Ihre Bordkarten. Die Einsteigezeit ist 13.10 Uhr. Bitte gehen Sie rechtzeitig zum Gate B14. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Vielen Dank. Dialog 4 Hallo, Frau Helbig. Geht es Ihnen nicht gut? Nein, mir geht es nicht besonders gut. Was ist denn los? Ach, kommen Sie doch kurz herein. Ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Oder haben Sie es eilig? Nein, ich habe es überhaupt nicht eilig. Hallo, Balou. Ja, du bist ein ganz toller Hund. Der Beste. Balou freut sich immer so, wenn sie kommen. Und jetzt soll er weg. Balou soll weg? Ja, Herr Schulz hat mir diesen Brief geschickt. Er sagt, Hunde sind im Haus verboten. Aber Balou lebt doch schon ziemlich lange hier im Haus. Seit mein Mann gestorben ist, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Damals war ich sehr traurig und allein. Aber eines Tages hat meine Enkelin mir Balou gebracht. Er hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ein Leben ohne Balou kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Nein, und jetzt soll ich ihn abgeben? Ach, das ist ja total unfair. Herr Schulz wusste doch, dass Sie einen Hund haben. Natürlich. Er hat es sogar erlaubt. Aber nun hat er seine Meinung geändert. Sowas macht mich echt sauer. Aber wissen Sie was, Frau Helbig? Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Ich spreche mal mit den anderen Nachbarn. Vielleicht hat jemand eine Idee. Eins ist auf jeden Fall klar. Balou muss bleiben. Dialog 4 Hallo, Frau Helbig. Geht es Ihnen nicht gut? Nein, mir geht es nicht besonders gut. Was ist denn los? Ach, kommen Sie doch kurz herein. Ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Oder haben Sie es eilig? Nein, ich habe es überhaupt nicht eilig. Hallo, Balou. Ja, du bist ein ganz toller Hund. Der Beste. Balou freut sich immer so, wenn Sie kommen. Und jetzt soll er weg. Balou soll weg? Ja, Herr Schulz hat mir diesen Brief geschickt. Er sagt, Hunde sind im Haus verboten. Aber Balou lebt doch schon ziemlich lange hier im Haus. Seit mein Mann gestorben ist, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Damals war ich sehr traurig und allein. Aber eines Tages hat meine Enkelin mir Balou gebracht. Er hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ein Leben ohne Balou kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt soll ich ihn abgeben? Ach, das ist ja total unfair. Herr Schulz wusste doch, dass Sie einen Hund haben. Natürlich. Er hat es sogar erlaubt. Aber nun hat er seine Meinung geändert. So was macht mich echt sauer. Aber wissen Sie was, Frau Helbig? Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Ich spreche mal mit den anderen Nachbarn. Vielleicht hat jemand eine Idee. Eins ist auf jeden Fall klar. Balou muss bleiben. Dialog 5 Ich bin der Meinung, dass Frau Helbig ihren Hund behalten soll. Man darf einer alten Dame nicht den besten Freund wegnehmen. Da haben Sie völlig recht. Außerdem ist Balou ein ganz lieber Hund. Er stört doch niemanden. Ich finde auch, dass er bleiben soll. Ich sehe das anders. Es ist zwar schade, dass Frau Helbig Balou abgeben soll, aber wenn der Vermieter keine Hunde im Haus haben möchte, dann muss man das akzeptieren. Das finde ich nicht. Der Vermieter sollte eine Ausnahme machen, weil Balou schon so lange im Haus lebt. Es gibt keinen Grund, warum er jetzt plötzlich weg soll. Ich sehe das nicht so. Man kann auch mal eine Ausnahme machen, aber Balou ist sehr groß. Der passt einfach nicht in eine kleine Wohnung zu einer älteren Dame. Dialog 5 Ich bin der Meinung, dass Frau Helbig ihren Hund behalten soll. Man darf einer alten Dame nicht den besten Freund wegnehmen. Ich sehe das anders. Es ist zwar schade, dass Frau Helbig Balou abgeben soll, aber wenn der Vermieter keine Hunde im Haus haben möchte, dann muss man das akzeptieren. Das finde ich nicht. Der Vermieter sollte eine Ausnahme machen, weil Balou schon so lange im Haus lebt. Es gibt keinen Grund, warum er jetzt plötzlich weg soll. Ich sehe das nicht so. Man kann auch mal eine Ausnahme machen, aber Balou ist sehr groß. Der passt einfach nicht in eine kleine Wohnung zu einer älteren Dame. Dialog 6 Herr Okoye, haben Sie eine Minute? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Selbstverständlich. Was gibt's denn? Haben Sie schon gehört, dass Frau Helbig ihren Hund abgeben soll? Ja, das finde ich wirklich schlimm. Haustiere sind sehr wichtig für ältere Menschen. Genau. Und deshalb müssen wir Frau Helbig helfen. Hm. Ich habe da vielleicht eine Idee. Wir könnten doch einen Brief an Herrn Schulz schreiben. Wir? Sie meinen alle Nachbarn zusammen? Ja, richtig. In dem Brief erklären wir, warum Balou für Frau Helbig so wichtig ist und warum er bei ihr bleiben soll. Zum Schluss unterschreiben wir alle den Brief. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Wollen wir gleich zusammen einen Brief schreiben? Ja, gern. Ich habe Zeit. Dialog 6 Herr Okoye, haben Sie eine Minute? Bitte. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Selbstverständlich. Was gibt's denn? Haben Sie schon gehört, dass Frau Helbig ihren Hund abgeben soll? Ja, das finde ich wirklich schlimm. Haustiere sind sehr wichtig für ältere Menschen. Genau. Und deshalb müssen wir Frau Helbig helfen. Hm. Ich habe da vielleicht eine Idee. Wir könnten doch einen Brief an Herrn Schulz schreiben. Wir? Sie meinen alle Nachbarn zusammen? Ja, richtig. In dem Brief erklären wir, warum Balou für Frau Helbig so wichtig ist und warum er bei ihr bleiben soll. Zum Schluss unterschreiben wir alle den Brief. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Wollen wir gleich zusammen einen Brief schreiben? Ja, gern. Ich habe Zeit. Dialog 7 Hallo, Joana. Hallo, Sandro. Meine Nichte wünscht sich zum Geburtstag neue Schuhe. Weißt du, wo ich schöne Schuhe kaufen kann? Hm. Du kannst dir ja tolle Schuhe im Internet bestellen. Im Internet? Natürlich. Kaufe deiner Nichte ein paar Schuhe im Internet. Der Paketbote bringt euch das Paket nach Hause. Falls deiner Nichte die Schuhe nicht gefallen oder sie ihr nicht passen, kannst du sie kostenlos zurückschicken. Hast du schon oft Klamotten im Internet bestellt? Ich bestelle eigentlich nur Bücher online. Also, ich bestelle ständig Klamotten. Ich habe nicht so viel Zeit, einkaufen zu gehen. Da finde ich das Internet wirklich am praktischsten. Sogar auf meinem Smartphone habe ich meinen Lieblingsshop gespeichert. Hier, schau mal. Der hat ja richtig viele Angebote. Im Internet hat man eine viel größere Auswahl. Die kleinen Schuhgeschäfte haben nicht jedes Modell in allen Größen und Farben. Ja, das stimmt schon. Aber im Laden kann ich die Schuhe anfassen und anprobieren. Da sehe ich sofort, ob sie mir gefallen. Und falls sie mir nicht passen, kann ich ein anderes Paar anprobieren. Falls die Schuhe zu klein oder unbequem sind, kannst du sie doch kostenfrei zurückschicken. Du hast doch keinen Nachteil. Doch schon. Ich muss das Paket zur Post bringen und wieder neue bestellen. Du kannst ja mehrere Paare bestellen und zu Hause in aller Ruhe aussuchen. Ich finde Online-Shopping sehr bequem, weil ich einkaufen kann, wann ich will. Ich kann sonntags gemütlich einkaufen und dabei Kaffee trinken und muss nicht in der Woche in die Innenstadt fahren und einen Parkplatz suchen. Ich weiß dann nie, wie lange welches Geschäft auf hat. Ein Internet-Shop hat immer auf. Das ist doch auch für dich ganz praktisch. Du hast doch auch immer viel zu tun. Ja, das stimmt schon. Wenn man in der Woche keine Zeit hat, kann man am Wochenende entspannt im Internet einkaufen. Aber man muss doch eine Kreditkarte haben, oder? Nicht unbedingt. Du kannst mit Kreditkarte bezahlen. Wenn du aber keine hast, buchen sie den Betrag von deinem Konto ab. Oh. Da muss man ja seine Kontodaten im Internet angeben. Naja, da passiert doch eigentlich nie etwas. Wenn du deine Kontodaten nicht angeben willst, können sie dir auch mit deiner Bestellung eine Rechnung schicken. Das finde ich besser. Dialog 7 Hallo, Joana. Hallo, Sandro. Meine Nichte wünscht sich zum Geburtstag neue Schuhe. Weißt du, wo ich schöne Schuhe kaufen kann? Hm. Du kannst dir ja tolle Schuhe im Internet bestellen. Im Internet? Natürlich. Kauf deiner Nichte ein paar Schuhe im Internet. Der Paketbote bringt euch das Paket nach Hause. Falls deiner Nichte die Schuhe nicht gefallen oder sie ihr nicht passen, kannst du sie kostenlos zurückschicken. Hast du schon oft Klamotten im Internet bestellt? Ich bestelle eigentlich nur Bücher online. Also, ich bestelle ständig Klamotten. Ich habe nicht so viel Zeit, einkaufen zu gehen. Da finde ich das Internet wirklich am praktischsten. Sogar auf meinem Smartphone habe ich meinen Lieblingsshop gespeichert. Hier, schau mal. Der hat ja richtig viele Angebote. Im Internet hat man eine viel größere Auswahl. Die kleinen Schuhgeschäfte haben nicht jedes Modell in allen Größen und Farben. Ja, das stimmt schon. Aber im Laden kann ich die Schuhe anfassen und anprobieren. Da sehe ich sofort, ob sie mir gefallen. Und falls sie mir nicht passen, kann ich ein anderes Paar anprobieren. Falls die Schuhe zu klein oder unbequem sind, kannst du sie doch kostenfrei zurückschicken. Du hast doch keinen Nachteil. Doch schon. Ich muss das Paket zur Post bringen und wieder neue bestellen. Du kannst ja mehrere Paare bestellen und zu Hause in aller Ruhe aussuchen. Ich finde Online-Shopping sehr bequem, weil ich einkaufen kann, wann ich will. Ich kann sonntags gemütlich einkaufen und dabei Kaffee trinken und muss nicht in der Woche in die Innenstadt fahren und einen Parkplatz suchen. Ich weiß dann nie, wie lange welches Geschäft auf hat. Ein Internet-Shop hat immer auf. Das ist doch auch für dich ganz praktisch. Du hast doch auch immer viel zu tun. Ja, das stimmt schon. Wenn man in der Woche keine Zeit hat, kann man am Wochenende entspannt im Internet einkaufen. Aber man muss doch eine Kreditkarte haben, oder? Nicht unbedingt. Du kannst mit Kreditkarte bezahlen. Wenn du aber keine hast, buchen sie den Betrag von deinem Konto ab. Oh. Da muss man ja seine Kontodaten im Internet angeben. Naja, da passiert doch eigentlich nie etwas. Wenn du deine Kontodaten nicht angeben willst, können sie dir auch mit deiner Bestellung eine Rechnung schicken. Das finde ich besser. Ja. Dialog 8 Schuhwelt 2000, guten Tag. Mein Name ist Franke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Sandro Ruiz-Martinez. Ich möchte für meine Nichte die Wanderschuhe Lena bestellen. Ich sehe aber in ihrem Online-Shop, dass es den Schuh in Größe 38 nicht mehr gibt. Sagen Sie mir bitte die Artikelnummer. Das ist die 77-43-528. So, der Wanderschuh-Lehner in Größe 38. Ja, er kann erst wieder in vier Wochen bestellt werden. In vier Wochen? Das ist zu spät. Der soll in zwei Wochen zum Geburtstag verschenkt werden und muss bis spätestens zum 19. geliefert werden. Das tut mir leid, aber bis zum 19. können die Schuhe in Größe 38 nicht ausgeliefert werden. Aber die Größe 39 kann innerhalb der nächsten zwei Tage versendet werden. Der Schuh fällt recht klein aus und in Wanderschuhen sollen eher dickere Socken getragen werden. Hm, und was passiert, wenn Sie ihr doch zu groß sind? Alle Waren können bei uns kostenfrei zurückgeschickt werden. Dazu muss nur der Retourenschein ausgefüllt werden. Pro Bestellung muss immer eine Versandkostenpauschale von 5,95 Euro bezahlt werden. Egal, wie viele Paare Sie bestellen und später zurückschicken. Ah ja. Herr Ruiz Martinez, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schauen Sie sich als Alternative auch den Wanderschuh Lisa an. Das ist die Artikelnummer 5578923. Der ist dem Wanderschuh Lena sehr ähnlich und kann in Größe 38 sofort verschickt werden. Ja, dann kann ich Lena in 39 und Lisa in 38 nehmen. Müssen beide Modelle online bestellt werden? Alle Waren können im Internet oder aber auch telefonisch bestellt werden. Schuhwelt 2000, guten Tag, mein Name ist Franke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Sandro Ruiz Martinez. Ich möchte für meine Nichte die Wanderschuhe Lena bestellen. Ich sehe aber in Ihrem Online-Shop, dass es den Schuh in Größe 38 nicht mehr gibt. Sagen Sie mir bitte die Artikelnummer. Das ist die 7743-528. So, der Wanderschuh Lena in Größe 38. Ja, er kann erst wieder in vier Wochen bestellt werden. In vier Wochen? Das ist zu spät. Der soll in zwei Wochen zum Geburtstag verschenkt werden und muss bis spätestens zum 19. geliefert werden. Das tut mir leid, aber bis zum 19. können die Schuhe in Größe 38 nicht ausgeliefert werden. Aber die Größe 39 kann innerhalb der nächsten zwei Tage versendet werden. Der Schuh fällt recht klein aus und in Wanderschuhen sollen eher dickere Socken getragen werden. Hm. Und was passiert, wenn sie ihr doch zu groß sind? Alle Waren können bei uns kostenfrei zurückgeschickt werden. Dazu muss nur der Retourenschein ausgefüllt werden. Pro Bestellung muss immer eine Versandkostenpauschale von 5,95 Euro bezahlt werden. Egal, wie viele Paare sie bestellen und später zurückschicken. Ah ja. Herr Ruiz Martinez, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schauen Sie sich als Alternative auch den Wanderschuh Lisa an. Das ist die Artikelnummer 5578923. Der ist dem Wanderschuh Lena sehr ähnlich und kann in Größe 38 sofort verschickt werden. Ja. Dann kann ich Lena in 39 und Lisa in 38 nehmen. Müssen beide Modelle online bestellt werden? Alle Waren können im Internet oder aber auch telefonisch bestellt werden. Dialog 9 Welche Schuhe möchtest du denn jetzt behalten? Ich finde diese hier ganz gut. Wie heißen die nochmal? Alena. Ach ja. Dann füll bitte den Retourenschein aus und pack das Paket, damit wir das andere Paar zurückschicken können. Ja. Das ist zwar in meiner Größe, aber es fällt doch recht klein aus und ist zu eng. Das ist schade. Ich finde das Modell eigentlich ganz schön. Naja. Irgendwie finde ich Grau-Schwarz als Farbe auch nicht so toll. Dann ist es doch ganz gut, dass ich zwei verschiedene Modelle zur Auswahl bestellt habe. Und weißt du was? Modell Lisa ist auch gar kein schöner Name. Na, wenn das so wichtig ist, dann schreib das bitte in das Formular. Du behältst jetzt aber die anderen Schuhe. Oder sind die auch nicht recht? Die Lena-Schuhe? Nein, die finde ich super. Danke, Sandro. Dialog 9 Welche Schuhe möchtest du denn jetzt behalten? Ich finde diese hier ganz gut. Wie heißen die nochmal? Alena. Ach ja. Dann füll bitte den Retourenschein aus und pack das Paket, damit wir das andere Paar zurückschicken können. Ja, das ist zwar in meiner Größe, aber es fällt doch recht klein aus und ist zu eng. Das ist schade. Ich finde das Modell eigentlich ganz schön. Naja, irgendwie finde ich Grau-Schwarz als Farbe auch nicht so toll. Dann ist es doch ganz gut, dass ich zwei verschiedene Modelle zur Auswahl bestellt habe. Und weißt du was? Modell Lisa ist auch gar kein schöner Name. Na, wenn das so wichtig ist, dann schreib das bitte in das Formular. Du behältst jetzt aber die anderen Schuhe. Oder sind die auch nicht recht? Die Lena-Schuhe? Nein, die finde ich super. Danke, Sandro. Dialog 1 Ach, das ist ja praktisch, dass Sie gerade aufschließen, Frau Franke. Hallo, Frau Zalewska. Kommen Sie auch gerade vom Einkaufen? Nein, ich war im Reisebüro und habe einen Reisekatalog geholt. Meine Freundin Rabia aus dem Deutschkurs und ich haben ein paar Tage frei und wollen ein bisschen mehr von Deutschland kennenlernen. Wir möchten zusammen an die Ostsee fahren. Das Meer lieben wir beide, wissen Sie? Und die Ostsee kenne ich auch aus Polen. Ach, das ist aber eine schöne Idee. Ja, wir freuen uns auch schon. Und Sie? Haben Sie auch Urlaubspläne? Ich fahre in den Herbstferien mit Leonie nach Griechenland, zu meiner Familie. Ich finde es wichtig, dass meine Tochter die griechische Kultur kennenlernt und Kontakt zu ihren Verwandten dort hat. Ja, das stimmt. Und in den Sommerferien fahren Sie nicht weg? Ich nicht, aber Leonie fährt für zwei Wochen zu ihrem Vater. Mein Ex-Mann ist nach unserer Trennung ja nach Nürnberg gezogen. Ach, schauen Sie mal, wer da kommt. Wo denn? Ach, der Benjamin Menzel. Wieso ist der denn nicht in der Uni? Guten Tag zusammen. Ist alles in Ordnung oder gibt es wieder ein Problem mit dem neuen Mieter? Nein, es ist alles in Ordnung. Wir sprechen nur gerade über unsere Urlaubspläne. Fahren Sie dieses Jahr auch weg? Ja, ich fahre in den Sommerferien mit meiner Freundin in den Schwarzwald zum Wandern. Außerdem wollen wir Freunde in Freiburg besuchen. Oh, Entschuldigung. Mein Handy. Da muss ich rangehen. Hallo? Ja, ich muss dann auch mal los. Leonie kommt gleich von der Schule. Eine Sache noch, Frau Franke. Ja? Wenn ich im Urlaub bin, würden Sie sich dann wieder um meine Katze kümmern und die Blumen gießen? Aber natürlich. Das mache ich gern. Prima. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ihnen auch. Tschüss. Dialog 1 Ach, das ist ja praktisch, dass Sie gerade aufschließen, Frau Franke. Hallo, Frau Salewska. Kommen Sie auch gerade vom Einkaufen? Nein, ich war im Reisebüro und habe einen Reisekatalog geholt. Meine Freundin Rabia aus dem Deutschkurs und ich haben ein paar Tage frei und wollen ein bisschen mehr von Deutschland kennenlernen. Wir möchten zusammen an die Ostsee fahren. Das Meer lieben wir beide, wissen Sie? Und die Ostsee kenne ich auch aus Polen. Ach, das ist aber eine schöne Idee. Ja, wir freuen uns auch schon. Und Sie? Haben Sie auch Urlaubspläne? Ich fahre in den Herbstferien mit Leonie nach Griechenland, zu meiner Familie. Ich finde es wichtig, dass meine Tochter die griechische Kultur kennenlernt und Kontakt zu ihren Verwandten dort hat. Ja, das stimmt. Und in den Sommerferien fahren Sie nicht weg? Ich nicht, aber Leonie fährt für zwei Wochen zu ihrem Vater. Mein Ex-Mann ist nach unserer Trennung ja nach Nürnberg gezogen. Ach, schauen Sie mal, wer da kommt. Wo denn? Ach, der Benjamin Menzel. Wieso ist der denn nicht in der Uni? Guten Tag zusammen. Ist alles in Ordnung oder gibt es wieder ein Problem mit dem neuen Mieter? Nein, es ist alles in Ordnung. Wir sprechen nur gerade über unsere Urlaubspläne. Fahren Sie dieses Jahr auch weg? Ja, ich fahre in den Sommerferien mit meiner Freundin in den Schwarzwald zum Wandern. Außerdem wollen wir Freunde in Freiburg besuchen. Oh, Entschuldigung, mein Handy. Da muss ich rangehen. Hallo? Ja, ich muss dann auch mal los. Leonie kommt gleich von der Schule. Eine Sache noch, Frau Franke. Ja? Wenn ich im Urlaub bin, würden Sie sich dann wieder um meine Katze kümmern und die Blumen gießen? Aber natürlich. Das mache ich gern. Prima. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ihnen auch. Tschüss. Dialog 2 Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir beide möchten im August an die Ostsee fahren. Wir haben hier im Reisekatalog auch schon ein interessantes Angebot gefunden. Können Sie uns noch mehr Informationen über das Hotel geben? Darf ich mal sehen? Ah ja. Bei dieser Reise übernachten Sie im Hotel Meerblick. Ein schönes Haus, aber nicht mehr ganz neu. Für den Preis ist das aber ein sehr gutes Hotel. Und wo liegt das Hotel? Das Hotel ist nur 50 Meter von einem Kilometer langen Sandstrand entfernt. Es liegt in einer sehr ruhigen Gegend am Ortsrand. Aber es gibt gute Busverbindungen. In zehn Minuten sind Sie im nächsten Fischerdorf. Im Katalog steht, dass das Hotel eine Sonnenterrasse hat. Gibt es auch einen Pool? Einen Pool hat das Hotel nicht. Aber es gibt einen hübschen großen Garten mit kostenlosen Liegen und Sonnenschirmen. Da können Sie wunderbar entspannen. Das klingt gut. Apropos entspannen. Können wir ein Zimmer mit zwei Betten haben? Sie möchten kein Doppelbett? Ja, klar. Das geht. Prima. Wir möchten außerdem ein Zimmer mit Balkon. Ach ja. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ein schöner Balkon mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das wäre ideal. Ein Zimmer mit Balkon und Meerblick kostet 25 Euro extra, pro Person. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, okay. Das bezahlen wir gerne extra. Verstehe ich das richtig? Die Bahnfahrkarte ist mit im Reisepaket. Wir müssen nicht extra für den Zug bezahlen? Ja, genau. Das ist ein besonderes Angebot. Dann können wir ja gar nichts falsch machen. Der Preis ist wirklich gut. Möchten Sie die Reise dann buchen? Ja, bitte. Dann brauche ich bitte einmal Ihre Ausweise. Dialog 2 Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir beide möchten im August an die Ostsee fahren. Wir haben hier im Reisekatalog auch schon ein interessantes Angebot gefunden. Können Sie uns noch mehr Informationen über das Hotel geben? Darf ich mal sehen? Ah ja. Bei dieser Reise übernachten Sie im Hotel Meerblick. Ein schönes Haus, aber nicht mehr ganz neu. Für den Preis ist das aber ein sehr gutes Hotel. Und wo liegt das Hotel? Das Hotel ist nur 50 Meter von einem Kilometer langen Sandstrand entfernt. Es liegt in einer sehr ruhigen Gegend am Ortsrand. Aber es gibt gute Busverbindungen. In zehn Minuten sind Sie im nächsten Fischerdorf. Im Katalog steht, dass das Hotel eine Sonnenterrasse hat. Gibt es auch einen Pool? Einen Pool hat das Hotel nicht. Aber es gibt einen hübschen großen Garten mit kostenlosen Liegen und Sonnenschirmen. Da können Sie wunderbar entspannen. Das klingt gut. Apropos entspannen. Können wir ein Zimmer mit zwei Betten haben? Sie möchten kein Doppelbett? Ja klar, das geht. Prima. Wir möchten außerdem ein Zimmer mit Balkon. Ach ja. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ein schöner Balkon mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das wäre ideal. Ein Zimmer mit Balkon und Meerblick kostet 25 Euro extra pro Person. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, okay. Das bezahlen wir gerne extra. Verstehe ich das richtig? Die Bahnfahrkarte ist mit im Reisepaket. Wir müssen nicht extra für den Zug bezahlen? Ja, genau. Das ist ein besonderes Angebot. Dann können wir ja gar nichts falsch machen. Der Preis ist wirklich gut. Möchten Sie die Reise dann buchen? Ja, bitte. Dann brauche ich bitte einmal Ihre Ausweise. Guten Tag. Guten Tag. Wir fliegen heute nach Thessaloniki. Hier ist mein Reisepass, der Kinderausweis meiner Tochter und die Flugreservierung. Dankeschön. Frau Franke, ja? Ja, genau. Einen Augenblick, Frau Franke. Haben Sie schon Sitzplätze reserviert? Ja, gestern Abend im Internet. In Ordnung. Wie viele Gepäckstücke haben Sie? Zwei Koffer und eine kleine Reisetasche. Darf ich die Reisetasche mit ins Flugzeug nehmen oder ist sie zu groß? Nein, die Tasche können Sie als Handgepäck mitnehmen. Würden Sie die Koffer bitte aufs Band stellen? Ja, natürlich. Vorsicht, Leonie. Der Koffer ist schwer. Ich mach das schon. Hier sind Ihre Bordkarten. Die Einsteigezeit ist 13.10 Uhr. Bitte gehen Sie rechtzeitig zum Gate B14. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Vielen Dank. Dialog 3 Guten Tag. Guten Tag. Wir fliegen heute nach Thessaloniki. Hier ist mein Reisepass, der Kinderausweis meiner Tochter und die Flugreservierung. Dankeschön. Frau Franke, ja? Ja, genau. Einen Augenblick, Frau Franke. Haben Sie schon Sitzplätze reserviert? Ja, gestern Abend im Internet. In Ordnung. Wie viele Gepäckstücke haben Sie? Zwei Koffer und eine kleine Reisetasche. Darf ich die Reisetasche mit ins Flugzeug nehmen oder ist sie zu groß? Nein, die Tasche können Sie als Handgepäck mitnehmen. Würden Sie die Koffer bitte aufs Band stellen? Ja, natürlich. Vorsicht, Leonie. Der Koffer ist schwer. Ich mach das schon. Hier sind Ihre Bordkarten. Die Einsteigezeit ist 13.10 Uhr. Bitte gehen Sie rechtzeitig zum Gate B14. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Vielen Dank. Dialog 4 Hallo, Frau Helbig. Geht es Ihnen nicht gut? Nein, mir geht es nicht besonders gut. Was ist denn los? Ach, kommen Sie doch kurz herein. Ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Oder haben Sie es eilig? Nein, ich habe es überhaupt nicht eilig. Hallo, Balou. Ja, du bist ein ganz toller Hund. Der Beste. Balou freut sich immer so, wenn sie kommen. Und jetzt soll er weg. Balou soll weg? Ja, Herr Schulz hat mir diesen Brief geschickt. Er sagt, Hunde sind im Haus verboten. Aber Balou lebt doch schon ziemlich lange hier im Haus. Seit mein Mann gestorben ist, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Damals war ich sehr traurig und allein. Aber eines Tages hat meine Enkelin mir Balou gebracht. Er hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ein Leben ohne Balou kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt soll ich ihn abgeben? Ach, das ist ja total unfair. Herr Schulz wusste doch, dass Sie einen Hund haben. Natürlich. Er hat es sogar erlaubt. Aber nun hat er seine Meinung geändert. So was macht mich echt sauer. Aber wissen Sie was, Frau Helbig? Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Ich spreche mal mit den anderen Nachbarn. Vielleicht hat jemand eine Idee. Eins ist auf jeden Fall klar. Balou muss bleiben. Dialog 4 Hallo, Frau Helbig. Geht es Ihnen nicht gut? Nein, mir geht es nicht besonders gut. Was ist denn los? Ach, kommen Sie doch kurz herein. Ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Oder haben Sie es eilig? Nein, ich habe es überhaupt nicht eilig. Hallo, Balou. Ja, du bist ein ganz toller Hund. Der Beste. Balou freut sich immer so, wenn Sie kommen. Und jetzt soll er weg. Balou soll weg? Ja, Herr Schulz hat mir diesen Brief geschickt. Er sagt, Hunde sind im Haus verboten. Aber Balou lebt doch schon ziemlich lange hier im Haus. Seit mein Mann gestorben ist, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Damals war ich sehr traurig und allein. Aber eines Tages hat meine Enkelin mir Balou gebracht. Er hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ein Leben ohne Balou kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Nein, und jetzt soll ich ihn abgeben? Ach, das ist ja total unfair. Herr Schulz wusste doch, dass Sie einen Hund haben. Natürlich. Er hat es sogar erlaubt. Aber nun hat er seine Meinung geändert. So was macht mich echt sauer. Aber wissen Sie was, Frau Helbig? Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Ich spreche mal mit den anderen Nachbarn. Vielleicht hat jemand eine Idee. Eins ist auf jeden Fall klar. Balou muss bleiben. Dialog 5 Ich bin der Meinung, dass Frau Helbig ihren Hund behalten soll. Man darf einer alten Dame nicht den besten Freund wegnehmen. Da haben Sie völlig recht. Außerdem ist Balou ein ganz lieber Hund. Er stört doch niemanden. Ich finde auch, dass er bleiben soll. Ich sehe das anders. Es ist zwar schade, dass Frau Helbig Balou abgeben soll, aber wenn der Vermieter keine Hunde im Haus haben möchte, dann muss man das akzeptieren. Das finde ich nicht. Der Vermieter sollte eine Ausnahme machen, weil Balou schon so lange im Haus lebt. Es gibt keinen Grund, warum er jetzt plötzlich weg soll. Ich sehe das nicht so. Man kann auch mal eine Ausnahme machen, aber Balou ist sehr groß. Der passt einfach nicht in eine kleine Wohnung zu einer älteren Dame. Dialog 5 Ich bin der Meinung, dass Frau Helbig ihren Hund behalten soll. Man darf einer alten Dame nicht den besten Freund wegnehmen. Da haben Sie völlig recht. Außerdem ist Balou ein ganz lieber Hund. Er stört doch niemanden. Ich finde auch, dass er bleiben soll. Ich sehe das anders. Es ist zwar schade, dass Frau Helbig Balou abgeben soll, aber wenn der Vermieter keine Hunde im Haus haben möchte, dann muss man das akzeptieren. Das finde ich nicht. Der Vermieter sollte eine Ausnahme machen, weil Balou schon so lange im Haus lebt. Es gibt keinen Grund, warum er jetzt plötzlich weg soll. Ich sehe das nicht so. Man kann auch mal eine Ausnahme machen, aber Balou ist sehr groß. Der passt einfach nicht in eine kleine Wohnung zu einer älteren Dame. Dialog 6 Herr Okoye, haben Sie eine Minute? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Selbstverständlich. Was gibt's denn? Haben Sie schon gehört, dass Frau Helbig ihren Hund abgeben soll? Ja, das finde ich wirklich schlimm. Haustiere sind sehr wichtig für ältere Menschen. Genau. Und deshalb müssen wir Frau Helbig helfen. Hm. Ich habe da vielleicht eine Idee. Wir könnten doch einen Brief an Herrn Schulz schreiben. Wir? Sie meinen alle Nachbarn zusammen? Ja, richtig. In dem Brief erklären wir, warum Balou für Frau Helbig so wichtig ist und warum er bei ihr bleiben soll. Zum Schluss unterschreiben wir alle den Brief. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Wollen wir gleich zusammen einen Brief schreiben? Ja, gern. Ich habe Zeit. Dialog 6 Herr Okoye, haben Sie eine Minute? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Selbstverständlich. Was gibt's denn? Haben Sie schon gehört, dass Frau Helbig ihren Hund abgeben soll? Ja, das finde ich wirklich schlimm. Ja, das finde ich wirklich schlimm. Haustiere sind sehr wichtig für ältere Menschen. Genau. Und deshalb müssen wir Frau Helbig helfen. Hm. Ich habe da vielleicht eine Idee. Wir könnten doch einen Brief an Herrn Schulz schreiben. Wir? Wir? Sie meinen alle Nachbarn zusammen? Ja, richtig. In dem Brief erklären wir, warum Balou für Frau Helbig so wichtig ist und warum er bei ihr bleiben soll. Zum Schluss unterschreiben wir alle den Brief. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Wollen wir gleich zusammen einen Brief schreiben? Ja, gern. Ich habe Zeit. Dialog 7 Hallo, Joanna. Hallo, Sandro. Meine Nichte wünscht sich zum Geburtstag neue Schuhe. Weißt du, wo ich schöne Schuhe kaufen kann? Hm. Du kannst dir ja tolle Schuhe im Internet bestellen. Im Internet? Natürlich. Kauf deiner Nichte ein paar Schuhe im Internet. Der Paketbote bringt euch das Paket nach Hause. Falls deiner Nichte die Schuhe nicht gefallen oder sie ihr nicht passen, kannst du sie kostenlos zurückschicken. Hast du schon oft Klamotten im Internet bestellt? Ich bestelle eigentlich nur Bücher online. Also, ich bestelle ständig Klamotten. Ich habe nicht so viel Zeit, einkaufen zu gehen. Da finde ich das Internet wirklich am praktischsten. Sogar auf meinem Smartphone habe ich meinen Lieblingsshop gespeichert. Hier, schau mal. Der hat ja richtig viele Angebote. Im Internet hat man eine viel größere Auswahl. Die kleinen Schuhgeschäfte haben nicht jedes Modell in allen Größen und Farben. Ja, das stimmt schon. Aber im Laden kann ich die Schuhe anfassen und anprobieren. Da sehe ich sofort, ob sie mir gefallen. Und falls sie mir nicht passen, kann ich ein anderes Paar anprobieren. Falls die Schuhe zu klein oder unbequem sind, kannst du sie doch kostenfrei zurückschicken. Du hast doch keinen Nachteil. Doch schon. Ich muss das Paket zur Post bringen und wieder neue bestellen. Du kannst ja mehrere Paare bestellen und zu Hause in aller Ruhe aussuchen. Ich finde Online-Shopping sehr bequem, weil ich einkaufen kann, wann ich will. Ich kann sonntags gemütlich einkaufen und dabei Kaffee trinken und muss nicht in der Woche in die Innenstadt fahren und einen Parkplatz suchen. Ich weiß dann nie, wie lange welches Geschäft auf hat. Ein Internetshop hat immer auf. Das ist doch auch für dich ganz praktisch. Du hast doch auch immer viel zu tun. Ja, das stimmt schon. Wenn man in der Woche keine Zeit hat, kann man am Wochenende entspannt im Internet einkaufen. Aber man muss doch eine Kreditkarte haben, oder? Nicht unbedingt. Du kannst mit Kreditkarte bezahlen. Wenn du aber keine hast, buchen sie den Betrag von deinem Konto ab. Oh. Da muss man ja seine Kontodaten im Internet angeben. Naja, da passiert doch eigentlich nie etwas. Wenn du deine Kontodaten nicht angeben willst, können sie dir auch mit deiner Bestellung eine Rechnung schicken. Das finde ich besser. Dialog 7 Hallo, Joana. Hallo, Sandro. Meine Nichte wünscht sich zum Geburtstag neue Schuhe. Weißt du, wo ich schöne Schuhe kaufen kann? Hm, du kannst dir ja tolle Schuhe im Internet bestellen. Im Internet? Natürlich. Kauf deiner Nichte ein paar Schuhe im Internet. Der Paketbote bringt euch das Paket nach Hause. Falls deiner Nichte die Schuhe nicht gefallen oder sie ihr nicht passen, kannst du sie kostenlos zurückschicken. Hast du schon oft Klamotten im Internet bestellt? Ich bestelle eigentlich nur Bücher online. Also, ich bestelle ständig Klamotten. Ich habe nicht so viel Zeit, einkaufen zu gehen. Da finde ich das Internet wirklich am praktischsten. Sogar auf meinem Smartphone habe ich meinen Lieblingsshop gespeichert. Hier, schau mal. Der hat ja richtig viele Angebote. Das ist eine viel größere Auswahl. Die kleinen Schuhgeschäfte haben nicht jedes Modell in allen Größen und Farben. Ja, das stimmt schon. Aber im Laden kann ich die Schuhe anfassen und anprobieren. Da sehe ich sofort, ob sie mir gefallen. Und falls sie mir nicht passen, kann ich ein anderes Paar anprobieren. Falls die Schuhe zu klein oder unbequem sind, kannst du sie doch kostenfrei zurückschicken. Du hast doch keinen Nachteil. Doch schon. Ich muss das Paket zur Post bringen und wieder neue bestellen. Du kannst ja mehrere Paare bestellen und zu Hause in aller Ruhe aussuchen. Ich finde Online-Shopping sehr bequem, weil ich einkaufen kann, wann ich will. Ich kann sonntags gemütlich einkaufen und dabei Kaffee trinken und muss nicht in der Woche in die Innenstadt fahren und einen Parkplatz suchen. Ich weiß dann nie, wie lange welches Geschäft auf hat. Ein Internetshop hat immer auf. Das ist doch auch für dich ganz praktisch. Du hast doch auch immer viel zu tun. Ja, das stimmt schon. Wenn man in der Woche keine Zeit hat, kann man am Wochenende entspannt im Internet einkaufen. Aber man muss doch eine Kreditkarte haben, oder? Nicht unbedingt. Du kannst mit Kreditkarte bezahlen. Wenn du aber keine hast, buchen sie den Betrag von deinem Konto ab. Oh. Da muss man ja seine Kontodaten im Internet angeben. Naja, da passiert doch eigentlich nie etwas. Wenn du deine Kontodaten nicht angeben willst, können sie dir auch mit deiner Bestellung eine Rechnung schicken. Das finde ich besser. Dialog 8 Schuhwelt 2000, guten Tag, mein Name ist Franke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Sandro Ruiz Martinez. Ich möchte für meine Nichte die Wanderschuhe Lena bestellen. Ich sehe aber in ihrem Onlineshop, dass es den Schuh in Größe 38 nicht mehr gibt. Sagen Sie mir bitte die Artikelnummer. Das ist die 7743-528. So, der Wanderschuhe Lena, in Größe 38. Ja, er kann erst wieder in vier Wochen bestellt werden. In vier Wochen? Das ist zu spät. Der soll in zwei Wochen zum Geburtstag verschenkt werden und muss bis spätestens zum 19. geliefert werden. Das tut mir leid, aber bis zum 19. Zum 19. können die Schuhe in Größe 38 nicht ausgeliefert werden. Aber die Größe 39 kann innerhalb der nächsten zwei Tage versendet werden. Der Schuh fällt recht klein aus und in Wanderschuhen sollen eher dickere Socken getragen werden. Hm. Und was passiert, wenn sie ihr doch zu groß sind? Alle Waren können bei uns kostenfrei zurückgeschickt werden. Dazu muss nur der Retourenschein ausgefüllt werden. Pro Bestellung muss immer eine Versandkostenpauschale von 5,95 Euro bezahlt werden. Egal, wie viele Paare sie bestellen und später zurückschicken. Ah ja. Herr Ruiz Martinez, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schauen Sie sich als Alternative auch den Wanderschuh Lisa an. Das ist die Artikelnummer 5, 5, 7, 8, 9, 2, 3. Der ist dem Wanderschuh Lena sehr ähnlich und kann in Größe 38 sofort verschickt werden. Ja. Dann kann ich Lena in 39 und Lisa in 38 nehmen. Müssen beide Modelle online bestellt werden? Alle Waren können im Internet oder aber auch telefonisch bestellt werden. Dialog 8 Schuhwelt 2000, guten Tag, mein Name ist Franke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Sandro Ruiz Martinez. Ich möchte für meine Nichte die Wanderschuhe Lena bestellen. Ich sehe aber in ihrem Online-Shop, dass es den Schuh in Größe 38 nicht mehr gibt. Sagen Sie mir bitte die Artikelnummer. Das ist die 7, 7, 4, 3, 5, 2, 8. So, der Wanderschuh Lena in Größe 38. Ja, er kann erst wieder in vier Wochen bestellt werden. In vier Wochen? Das ist zu spät. Der soll in zwei Wochen zum Geburtstag verschenkt werden und muss bis spätestens zum 19. geliefert werden. Das tut mir leid, aber bis zum 19. können die Schuhe in Größe 38 nicht ausgeliefert werden. Aber die Größe 39 kann innerhalb der nächsten zwei Tage versendet werden. Der Schuh fällt recht klein aus und in Wanderschuhen sollen eher dickere Socken getragen werden. Hm. Und was passiert, wenn sie ihr doch zu groß sind? Alle Waren können bei uns kostenfrei zurückgeschickt werden. Dazu muss nur der Retourenschein ausgefüllt werden. Pro Bestellung muss immer eine Versandkostenpauschale von 5,95 Euro bezahlt werden. Egal, wie viele Paare sie bestellen und später zurückschicken. Ah ja. Herr Ruiz Martinez, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schauen Sie sich als Alternative auch den Wanderschuh Lisa an. Das ist die Artikelnummer 5578923. Der ist dem Wanderschuh Lena sehr ähnlich und kann in Größe 38 sofort verschickt werden. Ja. Dann kann ich Lena in 39 und Lisa in 38 nehmen. Müssen beide Modelle online bestellt werden? Alle Waren können im Internet oder aber auch telefonisch bestellt werden. Welche Schuhe möchtest du denn jetzt behalten? Ich finde diese hier ganz gut. Wie heißen die nochmal? Alena. Ach ja. Dann füll bitte den Retourenschein aus und pack das Paket, damit wir das andere Paar zurückschicken können. Ja, das ist zwar in meiner Größe, aber es fällt doch recht klein aus und ist zu eng. Das ist schade. Ich finde das Modell eigentlich ganz schön. Naja, irgendwie finde ich Grau-Schwarz als Farbe auch nicht so toll. Dann ist es doch ganz gut, dass ich zwei verschiedene Modelle zur Auswahl bestellt habe. Und weißt du was? Modell Lisa ist auch gar kein schöner Name. Na, wenn das so wichtig ist, dann schreib das bitte in das Formular. Du behältst jetzt aber die anderen Schuhe. Oder sind die auch nicht recht? Die Lena-Schuhe? Nein, die finde ich super. Danke, Sandro. Dialog 9 Welche Schuhe möchtest du denn jetzt behalten? Ich finde diese hier ganz gut. Wie heißen die nochmal? Alena. Ach ja. Dann füll bitte den Retourenschein aus und pack das Paket, damit wir das andere Paar zurückschicken können. Ja, das ist zwar in meiner Größe, aber es fällt doch recht klein aus und ist zu eng. Das ist schade. Ich finde das Modell eigentlich ganz schön. Naja, irgendwie finde ich Grau-Schwarz als Farbe auch nicht so toll. Dann ist es doch ganz gut, dass ich zwei verschiedene Modelle zur Auswahl bestellt habe. Und weißt du was? Modell Lisa ist auch gar kein schöner Name. Na, wenn das so wichtig ist, dann schreib das bitte in das Formular. Du behältst jetzt aber die anderen Schuhe. Oder sind die auch nicht recht? Die Lena-Schuhe? Nein, die finde ich super. Danke, Sandro. Danke, Sandro. Danke, Sandro. Danke, Sandro. Vielen Dank.